Ah, so, YouTube, was geht? Zack, hier, 7 Days to Die Da. Bam, bam, bam. So, pass auf, wir haben ja, oh, es ruckelt kurz. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich hatte gesagt, wir schauen jetzt nochmal. Noch einmal in diese kleine Stadt. Die war cool. Ich will noch richtig geile Scheiße haben. Wo ist denn mein Fahrrad hinten? Ich hoffe, ich bin halt rechtzeitig vor 22 Uhr zurück. Damit ich ein bisschen chillen kann zu Hause. Oh, warte mal, ich bin durstig. Habe ich gar nicht mitgekriegt jetzt. Aber ich bin noch voll auf Steroide. Bro, ich bin noch voll auf Steroide. So, wo waren die? Da hinten. Okay, dann aber zack, zack, zack. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin gerade voll am Gas. Okay, gut, Glück gehabt. Glück gehabt. Oh, ich habe wieder keine Ausdauer. Fuck it. Aber ich will ja unbedingt nochmal hin. Die war cool, ne? Also, da hat es echt viel gegeben. Ich will nur schnell sein, bevor... Was war das? Da unten sind welche? Verdammte Scheiße, sie sind überall. Sie sind aber wirklich überall, oder? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Das ist ja unerhört schrecklich, wo die überall sind. Und wie viele es immer sind. Du hast echt keine Chance. Alleine bist du so aufgeschmissen. Nein, das ist doch noch ein verkackter Wolf. Ganz langsam am Infobar. Vielleicht checkt das nicht. Oh ja. Er hat es doch checkt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich bin noch gar nicht so lange wach. Okay, hier ist heute Sonntag. Ich will auch schauen, dass ich es heute noch raus habe, das Video. Bin noch gar nicht so lange wach. Danach habe ich nämlich überhaupt keine Zeit mehr zum Zocken. Oh fuck, jetzt ist das weg. Kommt er jetzt da ganz stolz auf mich zu, oder nicht? Oh, das muss ich jetzt wegklopfen. Oh, ich müsste essen. Oh nein, ich habe mein Ding nicht gemacht. Ich habe mein Fleisch nicht gemacht. Fuck it. Damn it. Cock it. Flitschflatsch. So. Na Moment, das ist ein bisschen blöd. Warte, wir kamen hier, hier mal auch noch nicht reingucken, oder? Guck mal hier rein. Hier ist schon offen. Okay, ich habe nämlich... Oh, Munizierung gefunden, weil ich gut bin. Ich habe nämlich ja nicht... Oh, Zwillinge. Wie süß. Oh, das ging mal voll daneben. Okay, der eine ist tot. Und da ist voll daneben groß. Ja, 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 ja. So, der ist auch tot. Cool. Cool, 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 cool. Gib mir meine Pfeile wieder, du Bastard. Du, ach, gib mir meine Pfeile wieder. Dankeschön. So, was haben wir hier schönes? Jetzt müsste ich die Tür auch noch aufkloppen. Ne, super. Ne, da ist ein Loch in der Wand. Ich muss hier gar nichts aufkloppen, Brody. Ja, geil, ich kriege einen Pokal, aber leider nur Silber, weil ich zweiter Platz bin. Oh, da liegt einer. Aufhack. Ich habe ihn voll erwischt. Er hat es noch nicht checkt, dass ich da stehe, oder? So, aber ich komme hier nicht durch. Ich muss trotzdem die Tür aufkloppen. Die Wand? Die Wand ist nicht so stabil. Okay, passt. Wir gehen durch die Wand. Ich sehe es. Ich muss aufpassen, da kommt gleich wer noch. Überraschung. Machst du mir die Tür auf? Oh, ja, schon hier. Servus. Oh, es ging voll daneben. Oh. Scheiße, Bruder. Oh, der ist weg. Bist du schon durch? Wieso brauchst du so lange? Ich glaube, ich höre hier noch Schritte. Hier irgendwo. Da, natürlich wusste ich doch. Aber ich glaube, es wird doch, leider, wir haben doch keine Zeit, schätze ich. Schön, alles hier zu durchsuchen. Oder wir verbringen die Nacht einfach hier. Juckt ja auch nicht, oder? Falls ich sterben soll, bin ich halt eben wieder in der Base. Passt schon. Oh. Oh. Geil. Level up. Ach. Oh, fuck. Ja, jetzt kommen sie alle. Verstehst du? Die warten nur, bis sie da durch können. Die sind richtig clever. Richtig clever. Ich treffe sie nicht mehr. Die Renate ist auch da. Da siehst du, die Renate. Ha, ha, ha. Werbe unfreundlich, natürlich. Renate ist das kleiner Perversling, heißt er. Oh. Oh. So, aber jetzt ist Ruhe, oder? Ein bisschen halt, damit ich mal gucken gehen kann, was es hier drin gibt, so. Für Kacke. Aha. Ah, okay. Unnettig. Unnettig. Super, ich höre schon wieder wehen. Da. Kommt er aus dem Schrank, geschossen. Da, der Nächste. Oh, das war voll daneben. Ja, ich hab voll in den Mund geschossen. Ich finde das ja echt schlimm, was sie aushalten können. Aha. Interessiert ist nicht. Was haben wir hier drin? Nix. Fernseh juckt grad nicht. So, warte ich hier noch. Ha, ne Hose. Super. Tuch juckt alles nicht. Hier oben, das brauch ich, glaube ich, auch nicht. Da kann ich auch nicht reingucken. Okay, die Tür ist zu. Warte, hier. Nix. Alles finde ich gar nix. Ernsthaft? Damit kann ich, glaube ich, nichts machen. Da oben hier. Da ist was. Da hab ich vorhin überseh. Eine Taschenlampe, natürlich. Jetzt hab ich nämlich die mit. Weiß ich nicht, ob das hier wieder rausgeht oder nicht. Hey, jetzt reicht's nochmal. Oder was ist denn das für eine Hütte? Wie viele haben da noch gewohnt? War das eine WG oder so? Bruder, ich treff dich nicht. Warum? Was ist los? Ist da ein Zauberer? Oh, oh, die Gale. Das ist die Gale. Ich liebe sie. Das ist die Mama von der Susi, weißt du. Wir verstehen uns nicht wirklich besonders gut, denn... Naja, ich hab ihre Krankenschwester-Tochter gehiradet und 18 Mal betrogen mit Renate, weil Renate ist einfach viel offener, weißt du. Viel fassauter, die macht mir mit. Na, scheiße. Blödsinn. Die Renate ist unsere 6-Granate. Und die Susi ist die brave, liebe Krankenschwester, die... Ja. Eben ganz brav und lieb ist. Ah, scheiße. Da kann man jetzt... Ah, hier kann man reinschauen, okay. Wow. Ich könnte echt Essen brauchen hier, Brudi. So, bist du... Du bist hier drin, oder? Kann das sein? Warte, dann lass ich dich ruhig die Tür öffnen. Ich kümmere mich um eine andere Tür hier. Oh, fuck. Auja, Essen. Geil. Was ist hier los? Wo sind meine Steroide? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay. Ohhhh. Susi. Oh Gott. Oh Gott. Haha, so viele. Und Susi mittendrin. Was hat das zu bedeuten, Susi? Betrügst du dich etwa wieder? War das gerade hier drin eine Orgie? Ah, scheitert der Tamm. Uh, viele. Oups. Es ist eine große Georgetownstelle. Oh Gott. Es istありがとうございました. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ging voll daneben, wie blöd. Ach so, sie kommt hier noch hinten. Okay, die wird sie auch noch sehen. Das muss ich jetzt noch sehen. So, sie kann mich hier nicht einfach so betrügen. Was soll denn das? Ist das für ein Benehmen? Eine geile Stripperin haben sie auch gehabt. Also die haben da entweder Junggesellenabschied oder ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Aber eine Stripperin war auch dabei, also... So, was ging denn hier ab jetzt, da? Ah. Okay, gut. Okay, gut. Was haben die gemacht, Schöne, da sind... Da, nur ein Bett und so einen großen Hafen. Das stimmt doch jetzt nicht. Das stimmt nicht. Die haben ja irgendeine schmutzige Dinge getrieben hier. Ich weiß, ich verschwende meine Pfeile, aber ich habe eh viele. Obwohl, nein, bleiben wir ihnen eigentlich eh stecken. Ich verschwende hier gar nichts. Okay, der ist weg. Ähm, warte mal kurz. Hier haben wir schon fertig geguckt. Hier gibt's... Hier gibt's... Hier gibt's auch noch was. Ich glaube, ich werde nicht mehr rechtzeitig heimkommen. Okay, warte kurz. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ja, war so klar. Warte, ich hab keine Wiese mit. Das heißt, ich muss dich reparieren. Okay. Okay. Was ist denn da jetzt? Nein, das ist derselbe Raum. Oh Gott. Wurscht, hier holen wir uns sicher ein bisschen Holz. Das ist derselbe Raum. Blödsinn. Was ist das hier? Da hinten ist doch irgendwas, oder? Nee, kann gar nichts sein. Ja, Moment. Da müssen wir irgendwo hoch, hier. Da ist ein Pfahl. Hier geht's hoch. Küche haben wir schon, gell? Da drauf. Ich weiß nicht, wo's da hingeht, aber da gucken wir nachher nach. Aber hier geht's hoch. Und warte. Na super, wir müssen, ich hab zum Glück, zum Glück hab ich Holz. Oh fuck. Na, was macht Susi wieder da oben? Jetzt muss ich aber schnell loswerden. Ein halbnackter Mann und Susi, ich stehe hier mal gar nicht drauf. Ja, Susi, chill ruhig ein bisschen. Du kommst auch noch dran. Trasse wird schon so finster. So, Susi, was war das für ein Dreck, hä? Ups. Oh, zum Glück hab ich so viele Pfeile noch vorher. Uhuhu, scheiße, jetzt hab ich die Susi erwischt, weil der Typ ist voll elegant ausgewichen. Voll der Neo auserwählte. Uhuhu, kacke. Brudi? Wie, was? Ich hab schon Level 19 erreicht. So, wo ist da jetzt noch wer? Da klopft doch noch irgendwer. Den muss ich jetzt noch loswerden, schnell. Hier. So, was hast du mit Susi gemacht, ha? Ja. Ich hab dir den Kopf verdreht. Oder nein, doch nicht. Naja, vielleicht ein bisschen. Was macht mein Pfeil da oben? Gruzifix, Susi. Die Susi macht mich fertig, sag's euch. So, ich werd die Nacht hier oben verbringen, schätze ich. Mit Maiskolben. Ihr wisst, ich mein, jeder kann sich denken, was da oben passiert ist, wenn zwei halbnackte Männer und drei Frauen und ein Maiskolben. Aber ich muss nicht weiter reden. Und hier, schön am Feuer. Susi, du. Du hast mich voll betrogen. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so tue, als wäre ich traurig. Aber ich tue es trotzdem. Und Kleber schnüffelt. Okay. Sie waren hier oben mitten in Maiskolben und Kleber. Und Pilze. Sie waren voll auf Drogen. Voll die fette Party. Ne, gut, es ist fast 22 Uhr. Hey, wir haben 18 Minuten. Ich konnte euch gar nichts zeigen. Diese Hütte ist leider jetzt nicht so spektakulär. Geil, wie ich es mir erhofft hatte. Wie die andere Hütte zuvor. Ja, aber hey, pass auf, wenn ich den wegnehme. Die kommen hier nie hoch. Oder? Ich glaube, ich wäre hier oben voll safe. Safe. Dun, 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 dun. Ja gut, ich hätte gesagt, ich werde einfach gucken. Was werde ich gucken? Gar nicht werde ich gucken. In der nächsten Folge geht es einfach weiter. Ich werde hier nichts mehr großartig tun können. Ich verstecke mich hier oben auf dem Dach und alles ist cool. Hey, da ist hier ein kleiner Spielplatz. Ich könnte hier vorne nicht hier, hier rüber. Wir müssen, wir sind hier lang noch nicht fertig. Ich muss hier noch viel gucken. Aber ich muss auch die Tage und Nächte halt im Auge behalten. Denn ab einer gewissen Zeit muss ich anfangen, meine Bays wieder ein bisschen herzurichten. Für die nächste Hohartnacht. Weil ich habe ja gesagt, die habe ich ja versprochen, die wird besser. Aber wir können schnell, wir können, was wir schnell machen könnten, sind Punkte verteilen. Pass auf. Ich brauche ja... Ihren Bike. Ich hätte gern... Oh, ich hätte gern den Truck hier. Aber ich weiß nicht. Ja, intelligent. Ich bin nicht intelligent, Brudi. Was ist da hier? Ich habe... Es kostet... Einer kostet schon zwei. Blödsinn. Ich brauche... Was brauche ich denn? Ähm... Ja, ich muss... Ich muss sowieso hier investieren. So, und jetzt? Und jetzt? Ja, ich kann Steroide craften. Okay, warte kurz. Das machen wir. Hey, warte kurz. Wie geht das? Trollen. Entschuldigung. Steroide. Wo sind die Steroide? Hier nicht. Ah, ich glaube, da brauche ich aber ein Labor dafür, oder? Für Steroide. Das kann gut möglich sein, dass wir ein Labor brauchen für Steroide. Scheiße gelaufen, mein Freund. Scheiße gelaufen. Scheiße gelaufen. Ah. Ah. Ähm. Ja, was überlege ich groß. Das wird es gewesen sein mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen unterhalten. Auch mit dem Dreck, was ich hier so labere. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's das gut. Haut rein und immer brav sein. Tschüssi.